Willkommen zu Fokus Deutsch. Heute machen wir zusammen einen kleinen Test. Wo bist du? Zuhause? Im Kurs? Oder in der Firma? Und wohin gehst du? Ins Kino? In den Supermarkt? Oder vielleicht in die Apotheke? Wir ergänzen jetzt die richtigen Präpositionen. Nummer eins. David ist. Wo ist David? Zuhause. Ich frage wo? Ich antworte zuhause. Nummer zwei. Ich gehe wohin? Nachhause. Ich gehe, das Verb gehen, dann brauche ich nach Hause. Nummer drei. Bist du in Köln? Wo bist du? Dativ sagen wir in Köln. Nummer vier. Wir sind. Wo? Im Park. In plus dem im Dativ im Park. Nummer fünf. Gehst du ins Café? Wir brauchen Akkusativ mit dem Verb gehen. In und das ist ins Café. Nummer sechs. Ist sie schon im Büro. Das Verb sein. Ich bin, du bist, er, sie ist. Dann brauchen wir den Dativ in plus dem ist im. Nummer sieben. Er ist jetzt bei Netto. Wir brauchen wieder Dativ und ich habe einen Namen Netto, Mediamarkt oder Aldi. Dann sage ich bei. Nummer acht. Du bist. Wo? Im Kino. Ich frage wo? Wir haben das Verb sein. Dann brauchen wir Dativ. In plus dem ist im Kino. Nummer neun. Er übernachtet. Wo übernachtet er? Im Hotel. Im Dativ sagen wir in plus dem ist im. Nummer zehn. Seid ihr, aufpassen, das Verb ist gehen. Also brauchen wir Akkusativ. Der Supermarkt im Akkusativ ist den. Seid ihr in den Supermarkt gegangen? Wie viele hast du richtig? Von zehn. Bis zum nächsten Mal.